Du, L3D, du machst doch Waffeln. Äh, doch, ja, hört man manchmal von. Mhm. Äh, aber in dem, was ich jetzt erzähle, geht's gar nicht um Waffeln. Oh. Sondern um Schokolade. Oh, Schokolade hab ich auch schon mal gegessen, das ist ganz gut. Ich mag ja vor allem diese weiße Schokolade, die ist ganz geil. Ja, das mit der weißen Schokolade, wusstest du, dass die ganzen überzähligen Schokoläuse, Schokonikoläuse, Schokonikoläuse, Weiß schon was, die Weihnachtsmänner. Ja. Ähm, die werden eingeschmolzen zu Osterhasen. Ja, macht sie. Ja, jetzt kommt's, die ganzen Osterhasen, also die überzähligen, die werden eingeschmolzen. Okay. Zu Weihnachtsmännern. Ja, natürlich, irgendwie müssen die Weihnachtsmänner ja auch entstehen. Mhm. Richtig. Das Problem ist jetzt nur, dass du bei einem einzelnen Weihnachtsmann oder Osterhasen nicht weißt, in der wievielten Iteration der jetzt ist. Ja, doch, das ist schwer zu sehen. Aber, man weiß ja auch, dass Schokolade, wenn sie nicht mehr ganz frisch ist, so einen weißen Film bekommt. Und jetzt frag dich noch mal, wo die weiße Schokolade herkommt. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.